So, jetzt müssen wir leider das Lager selber angreifen. Jetzt ist er noch fast tot. All right. Coming. That'll be a skuffle. As you wish. As you wish. Ha? So, erstmal die Plünderer wegmachen. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich den Schamanen dahinten tot. Jo, der Schamanen ist tot. Der Plünderer kann beschossen werden. Das ist gut. Shoot him! Also ja, solche Taktiken sind auch sehr legitim. Auch wenn es gerade eigentlich eher exploiting ist, was ich gerade mache. I love an old-fashioned hunt. I love an old-fashioned hunt. Bows at the ready. Come on, folks. I love an old-fashioned hunt. Na ja, meine tollen Benizen sind keine Gegner für die Berserker, selbst wenn die zwei Level höher sind. Also ja, meine tollen Benizen sind keine Gegner für die Berserker. Zurück. Zur Stadt latschen. So, geben wir den beiden mal einen Geschwindigkeitsboost. auf die Berserker auf. Z Gas, ja, meine tollen Benizen. So, haben wir den und checken. Beide und Все sind da, Herr Berserker. Also, wir können nochmals auch die Berserker machen. Wenn man die Berserker machen, dannicut man und zum Herbst herst. Das war's für vier Tage. Aber das ist heute eben wichtig. So, nochmal. Dann kaufen wir 75 Nahrung bei denen ein, die wir dann denen hier geben können. Hauptsache, es bringt irgendwie XP oder so. Oder hilft irgendwie. Naja, es ist schon mal schön, dass halt Drogo verbindet mit dem Herrn der Untoten ist. Einfach, weil sie es nicht wissen. Hm. Yes? Yes? Ja, da steht aber nicht dabei, dass man Lebenspunkte verliert. Wie witzig. Ihr versucht jetzt wirklich durch die Garnison in die Stadt zu gelangen, anstatt außen rum zu gehen. So, Energiering abgegeben. Stadt. Stadtlandfluss. Ganz ehrlich, verkaufen wir das Teil. Kaufen eine neue Wissensschriftrolle. Können wir gerade irgendwie nicht? Also, ich hätte gerne Nahrung. So, das geht. Ich hätte gerne eine Wissensschriftrolle. Yes? Das geht wiederum nicht. Schade. Yes? Come on, folks! Aha. Ja. Dann geht es jetzt mal hier hin zurück. Dann fangen wir... Ja, wie machen wir das am klügsten? Erstmal geben wir den beiden wieder Speed. Also, ja, Gold ist kein Problem mehr gerade für uns. Hier sind wir. Hier sind wir. Hier sind wir. Was? So, Bristron sieht so aus, als ob es sich langsam erholt. Ich sehe in dieser Weise auch gerade keine Paladine mehr. So, Bristron sieht so aus, als ob es sich langsam erholt. So, Bristron sieht so aus, als ob es sich langsam erholt. Mögt ihr mich jetzt? Ja, ihr seid jetzt verbündet, theoretisch. Aha. Das wird Spaß. Los, mach den Magier platt. Helft mir meine Verbündeten. Okay, wir suchen wieder Heiland in der Flucht. In a minute. Agreed. What? At your service. What? I love an old-fashioned hunt. In a minute. Uh-huh. Uh-huh. Agreed. Come on, folks. Agreed. Shoot him! Okay, Paladine sind zu stark. In a minute. Flucht. In a minute. Was versteht ihr nicht? Flucht. Aha. In a minute. Agreed. Agreed. Aha. Agreed. Come on, folks. Come on, folks. We are under attack. In a minute. That'll be fun. Aha. Agreed. Äh, wo ist meine Mundtotenfestung? Da oben. We are under attack. Okay, dass die mir soweit folgen. Holen wir uns mal neue Untote. Die folgen mir echt bis nach Hause. Kein Problem, wenn die dort sind, machen wir sie tot. Sam? Tj�� Tj�� Und Ja, da ist das kleine Problem, Untrote gegen Paladin, ne? Ja, da ist das. Was? Wir sind unter attack. Come on, Leute. Ja, Sir. Ich hab ja... Okay. Dann stocken wir jetzt mal Zombies auf. Bei Zombies sind immer gut. Zu haben. Und ja, die Paladine haben hier leider meine Untoten gekillt. Hier. Das heißt, ich sammle mir meine Truppen jetzt alle hier. An meinen Friedhöfen. Und das heißt, ich pick meine Nadia. Ich kümmere mich. Ja, das heißt, ich wie ich den Gingartz. Ich kümmere mich.